Trotto.de präsentiert Ihnen zwei Banken für die V7-Plus-Wette am Sonntag, den 27. Februar 2021. Die V7-Plus-Wette mit einer magischen Garantie von 33.333 Euro aufgrund eines Jackpots des letzten Renntages. Also mitmachen ist Pflicht. Und hier meine Bank-Vorschläge. Meine erste Bank befindet sich im dritten Rennen der V7-Plus-Wette. Das ist das fünfte Rennen. Und für mich ist es die Nummer 6, Grietje mit Cornelius Clout. Und wir blicken mal gemeinsam in das letzte Rennen hier aus Mariendorf. Da sehen wir Grietje am 500-Meter-Pfosten an der Spitze, außen begleitet von Germinal. Innen ist Feeling Sky mit dabei, der ja auch hier mit Startplatz 12 wieder mit von der Partie ist. Und dahinter die 10, Beau de la Vita. Und vorne hat Jochen Holschuh ja alles unter Kontrolle. Der kontrolliert hier quasi die Gegner und macht sich jetzt ein bisschen frei. Gibt noch ein bisschen Platz hier ab an Feeling Sky und Manne Zwiener, sodass er sich noch entfalten kann. Und in der entscheidenden Phase löst er sich und gewinnt hier wirklich sicher. Grietje bei den letzten vier Starts hier in Mariendorf ungeschlagen. Und somit ist Grietje die Bank Nummer 1. Meine zweite Bank befindet sich im letzten Rennen der V7-Plus-Wette. Und es ist Virginias Prime wieder mit Cornelius Clout. Virginias Prime ja der erste Start letztes Mal gewesen nach einer kleinen Pause. Und da hat er sich richtig gut aus der Affäre gezogen. Das war auf klebriger Piste, musste dann Mitte der Gegend gerade in die Entscheidung. Und wir blicken mal in dieses Renn rein und sehen Mephisto PS an der Spitze. Dahinter dann schon Virginias Prime, dahinter Jack is back und außen Pregana. Das war eine höllisch schnelle Partie. Und Mephisto PS kommt hier noch mit der Führung in den Einlauf. Und dann kämpft jetzt hier Virginias Prime wirklich eisenhart. Dahinter Jack is back und Pregana. Und für einen Moment denkt man, jetzt Virginias Prime wird der Sieger sein. Aber Jack is back, findet in einem scheinenden Augenblick hier die Lücke und nagelt ihn fast auf der Linie, muss man sagen. Ein ganz starkes Laufen hier von Virginias Prime, der nun dieses Rennen im Bauch hat und auch konditionell gefördert sein wird. Virginias Prime, die Bank Nummer zwei.